Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier aus dem Kinderzimmer. Das zweite Zimmer vom guten Peyset, beziehungsweise vom Donaldi. Beide haben ja mal früher zusammen gehaust in einer kleinen WG. Patrick hat unterm Tisch gewohnt, die oben auf dem Tisch. Heute, hier guck mal, hier gibt es sogar den Porzellan-Express. Und diese Map hier ist ein wenig buggy. Das heißt, man sieht nicht, wenn jemand sich duckt oder so, wenn jemand eine Waffe in der Hand hält und so weiter. Und das ist extrem lustig, weil das natürlich alles ein bisschen schwieriger macht. Ist mal wieder ein Kinderzimmer, weil wir sind alle ein bisschen pädophil angeneigt und wollten einfach mal gucken. Curry möchte aber zuerst zeigen, was er so rumsprayen kann. Hast du das Curry? Was? Hast du das Curry? Nein. Was hat er denn da wieder angehoben? Wohin, wie der Patrick sein Profilbild so da dran postet, weißt du das? Also das gehört in jedes Kinderzimmer. Natürlich. Oh, ich pass die Spiele nicht mehr. Tschüss. Curry, weißt du? Wie er das Profilbild geändert hat, weil er bei dem Perzell sich in den Arsch kriegt. Curry, es hat funktioniert. Ah, okay. Was hat das da hinten? Bom? Nein, das sind Seifenblasen. Wie ich in der nächsten Folge, ne? Wie ich in der nächsten Folge. Ah, ich hab schon ein Bild vom Patrick. Das sind die Seifenblasen vom Serraza. Dieses legendäre Outlast. So, komm, wollen wir jetzt mal uns auf die Runde konzentrieren hier? So, ja, wie gesagt, also man sieht es nicht und man mit dem Verdächtigen... Hey, Donaldi. Da hat einer gerade geschossen hier, ohne was... Wer hat denn geschossen? Hier drin im Haus. Denkt dran, Leute, wer tot ist, ne? Ja. Müssen auch sagen, war der Leno vorhin auch schon tot? Ne, jetzt ist er zum ersten Mal dabei. Dennis ist tot. Donaldi ist, Donaldi ist da drin. Bronze? Ja, ich kam gerade hier hin. Ich kam gerade hier hin. Nein, ich bin das nicht. Ich war gar nicht im Haus. Dennis ist tot? Ja, Dennis ist tot. Der liegt ja wie Sonnen. Da muss das doch Donaldi gewesen sein, weil... Ich kam mir gerade... Ich kam mir gerade hin. Ja, er war der... Er war der... Nein, er war der Erste. Bronze, oder du? Das hat doch gesagt direkt. Das ist doch Payset, Mann. Warte, komm, ich spüle die... Ich spüle die Tomate runter. Einfach als TV. Ja, ich war gar nicht da, weiß ich. Nein, natürlich nicht. Ne, warte. Ich fass nicht. Ja, 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 ich lacht. Leute, beruhigt euch, beruhigt euch. Ich war ganz hinten hier. Warum lachst du dann? Und wenn du jetzt... Wenn du jetzt weiterfüllst... Da komm jetzt, wie er lacht. Payset, guck mal, wenn du das jetzt weiterfüllst, dann bist du das. Der Major ist es. Ja, ich bin's aber nicht. Ich bin's nicht, Curry, guck mal, ich war die ganze City, du hast mich sogar gesehen. Nein, der Major ist es auch nicht. Entweder der Patrick oder der Dean. Ja. Wann ist der Curry denn? Nee. Okay, Patrick ist es, schießt den ab. Ja, versucht's. Nein, komm, nein, 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 nicht der Patrick, der Patrick ist es nicht. Siehst du, siehst du, guck mal, der Curry lernt, aber der lernt. Das ist der Dean. Ja, der Dean war aber auch da drin, ne? Ich wär, der Dean war das. Ich war da gar nicht. Nein, der Dean war das. Ich kam da hin. Der Dean war das. Ja, aber ich, ich kam nach dir jetzt. Leute, beruhigt euch mal, nicht alle wieder durcheinander, sonst, äh. Okay, Oberbahn, wer war noch da, außer ihr beide? Wir dürfen nicht, boah, eilige Schlüssel ziehen, Schlüssel. Ich war Bonn. Komm, Kursi, guck dir meine Füße an, da ist kein Blut dran. Wir dürfen keine Fehler machen, wir dürfen uns nicht gegenseitig über den Haufen schießen. Ist ja das, was der Traitor will. Komm, wir setzen uns jetzt über den Gesprächskreis. Alter, was ist denn? Alter, was ist denn? Hallo? Mach zu. Boah. Tun all die schießen. Scheiße. Ammo leer. Das gefällt mir nicht. Donaldi, du richtiger Bastard, Alter. Alter, ich hab die aber alle drei voll nice weggeholt. Ich wusste, ich wusste, dass die das ist. Ich sag noch, der Donaldi ist hier und dann bin ich ruhig. Ja, ja. Ihr checkt es nicht, Alter. Nee, ich wusste das sofort, ich wusste, weil er war der erste, der bei der Leiche war. Ich wusste das. Meine Hund, der, Alter. Nur ich war mir halt unsicher, weil die anderen auch... Dann macht er oben den Boden auf, Alter. Ich war mir halt nur unsicher, weil die anderen auch... Weil die anderen... Und alle laufen da... Alle laufen in diese Lücke rein, der sah so geil aus. Und der Dean, bam, 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 Alter. Ja, ich hab du mal den gesehen, aber dann kannst du ja trotzdem nicht sicher sein, ne? Wie der Dennis sich jetzt nur als Profilbild reingetan hat. Nee, ja, kleine Aufnahme, zeig ich das, hm. Hier sieht man noch mal den ganzen Pornoordner, weißt du das. Und wie kannst du hier sehen, ist es ziemlich ein leckeres Lock. Francis. Wie macht man denn das hier? Alter, ich will hier hoch. Börse, guck ihn auf. Alter. Ey, Dean, was ist los mit dir, Mann? Mach schon so ruhig da, oder? Ich mach Arni, ich mach Arni nach. Arni, was? Wer ist denn Arni? So, nächste neue Runde, neues Glück, Leute. Alter. Viel Erfolg. Der Curry ist hier, der Curry ist hier. Lennow, ich bin hier mit Lennow. Ich bin mit Dennis und Lennow und Curry, Alter. Wir alle schweben. Wir alle einfach auf einen Ausdruck. Curry, wir hatten ein paar... Alter, Curry. Was denn? Was denn? Du hast extra eine Pause gemacht, damit die vorgehen und wollte... Hey, Alter, ich hab hier gesprayt, du, irgendwo. Achso, okay. Ich weiß, warum wir eine Pause gemacht haben. Ich komm da nicht hoch, Dean. Achso. Okay, ich entferne mich jetzt von allen hier. Das wird mir nämlich zu brenzlig. Oh, Patrick, kannst du mal aufhören über deine... Nein! Ich will mit Aufzug fahren, Mann. Major. Komm runter! Ja, du Nani, der gefällt mir da nicht. Was? Da schreit mir alle mit Musik. Mann! Hey, Curry! Ich dachte, der Ausdruck stoppt, wenn ich auf den Schalter schieße. Was? Bronzer ist es! Was, der Pazer lebt doch. Wo ist der Bronzer denn? Achso, ja, der Tobi und der Taros sind heute noch nicht dabei, aber bald... Bronzer, warum füttest du mich? ...Ihr kommen bald wieder dazu, meine Damen und Herren. Da stimmt doch irgendwas nicht. Die leben doch beide noch. Aber jetzt ist es diesmal ein bisschen schwieriger, ne? Ruhig, Leute, ruhig, Leute. Nichts zu schnell, ne? Das Ding ist, bei der Map ist es unheimlich schwer. Ja, ja. Kann man durch Fenster schießen, eigentlich? Ja, das geht. Alter. Was ist da passiert? Weiß jemand, was passiert ist? Wer hat da geschossen, habt ihr das... Da läuft der Curry rum. Das war hinten weiter in der Ecke, hier beim Haus schon wieder. Hi, Curry. Der Curry ist da auf jeden Fall. Der Major ist da oben. Ja, ich habe aber einen Sniper und keine... Warum fragst du denn, ob man durch Fenster schießen kann? Ja, weil ich... Im Falle der Fälle... Ja, wir haben ja schon wieder lacht. Wir haben ja schon wieder lacht. Hey, Curry, ich bin's echt nicht, Mann. Ernsthaft. Ich hab noch keinen Shotgun gehabt. Hört auf, Mann. Oh! Boah! Ja, okay, Major ist es nicht, Major ist es nicht. Hey, Pacer hat einen abgeknallt gerade. Okay, Pacer. Der Pacer ist es. Ich häng schon wieder nach. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn leider, Alter. Ich kotze. Ja, wie der Fahrstuhl grad unten ist. Alter, wie viel Lelz da auskommt? Nein! Jawoll! Yeah! Sauber! Das kommt von hinten aus der Toykiste, weißt du? Der Lendo, ey. Der Lendo, ey. Wer war das jetzt? Pace it, oder was? Ja. Und? Oder nur er? Der Kinderständer, der... Nee, ich war das allein. Nee, im Moment ist es immer nur ein Tracer. War übrigens an der Kiste eben gewesen. Hab da irgendwas aktiviert, aber... Patrick! Ja, Dennis. Du hast mich aktiv... Du hast mich aktiv... Bleiben wir alle kurz ruhig. Bleiben wir alle kurz ruhig. Ah, diese Musik. Vom Aufzug. Ja. Voll beruhig. Okay, neue Runde. Preparing. Oh, wir spielen ein bisschen im Kinderzimmer. Emo ist auf Toilette, Mami. Achso, ja, man muss ja sagen, der Leno ist in dieser Folge dazugekommen, einfach nur völlig gesagt. Für alle, die sich da gar nicht wundern. Ach, du warst in der letzten Folge auch schon da? Nee. In der letzten Folge warst du noch gar nicht da. Doch, ich war gestern auch da. Meine Güte. War gestern schon. Psst, ich hab mich rasiert. Drei Sekunden, drei Sekunden. Ich hab dich halt rasiert. Dann los geht's. Aua. Lalo checkt wieder nix. Warum ich? Der Dennis, ey. Bing, bong, bing, bong, bing, bong. Hi, Leno. Gurry und läuft weiter, aber ist nicht. Hi, Donaldi. Komm, wir fahren an und machen eine Fahrstuhlparty. Oh, ja. Kommt rein. Kommt rein, der Aufzug steht noch da. Dennis. Ja? Komm mit. Du bist nicht nur abgesehen. Komm, komm mit. Komm mit. Ich glaube, der Bronze ist es. Ich will dir nur was zeigen. Ohne Schatz. Ohne Schatz. Wieso? Ey, jemand hat da was reingeworfen. Was ist das? Komm mit. Komm mit. Alter, die macht sogar Schaden. Das war Dennis. Wer war das? Äh, Leno und so. Komm mal mit kurz. Komm mal kurz mit. Aber was ist die? Alter, komm mal, die brennen da oben ab. Was willst du? Was willst du? Komm mal mit. Komm aufs. Der Dean sagt, er will was zeigen. Pass auf, Patrick. Du kannst hier runterfallen. Alter, hast du los? Oh ja. Alter, was macht ihr da? Es geht in die Abgezicht. Psst, psst. Leute, Leute. Wir drei sind uns auf jeden Fall nicht. Wir sind der Dean. Komm, psst, psst, psst. Nur der kann das. Hört auf, hört auf. Boah. Nein. Kommt runter. Alter. Wie denn, Mann. Da brennt alles. Hallo Leute, beruhigt euch, beruhigt euch. Psst, psst, psst. Der Bronz hat gerade geschossen. Komm runter, komm runter, Dennis. Was für Schuss? Ich bin hier mit dem Dean hier unten. Ich bin hier mit dem Dean hier unten. Ich glaube, wir lassen nur eine Smokegranate. Keine Angst. Ganz nach oben. Ganz nach oben. Huh. Hä, wer hat denn jetzt die Granaten da geschmissen eben, Alter? Keine Ahnung, eine Granate hier reingeschmissen. Was ist das denn, Alter? Hört auf, hört auf. Hört auf. Ja. Hör mal zu kurz, kurz zu, Mann. Hilfe. Nein. Ich bin kein Trader, ich wollte es dir nur zeigen. Der hat mich in den komischen Raum geführt, Alter. Ich glaube, ich weiß, wo ihr seid, ja. Patrick, komm mit. Ich wollte es dir nur zeigen, für die Zuschauer. Wer war das? Wer hat mich da gerade eingesperrt? Hast du Trader, Dennis? Na klar. Lennor, warum bist du eigentlich so ruhig? Ronxe? Weil ich nicht so viel in der Zwischenrunde stehe. Also ich knall dich auch einfach mal so ab, glaube ich jetzt. Oh. Oh, Alter. Tu das nicht, tu es nicht. Ich glaube, Ronxe ist das. Ja, wir sind auch ziemlich sicher. Wieso sollte ich das? Alter. Ich denke gerade, dass der Ronxe ist. Komm, wieder einen Schuss. Komm. Boah, ist das brutal. Ey, ihr dürft doch nicht einfach jetzt so schießen. Warte mal, der Dennis ist tot. Hast du ihn auch gemacht bei mir? Dennis ist tot. Ronxe ist tot. Ich hab doch gesagt, dass es Ronxe war. Alter, der Dean. Warum denkt ihr, ich bin tot, Mann? Alter, ich wurde voll von den Dingen gebrochen. Boah, der Ronxe braucht ihr eigentlich nie mehr. Wie er sich einfach sicher war, weißt du. Ich war mir richtig sicher, dass der Ronxe war. Aber ich brauchte den letzten Beweis. Ja, aber es hat ja gar nicht. Super, ich war den letzten Beweis. Aber so ist es ja richtig. Nicht einfach die Leute abschießen. Ja, ja. Ist ja auch scheiße, wenn wir dann uns gegenseitig tun. Ja, das ist ja, da können wir ja direkt einfach irgendwie, weißt du. Alter. Keiner nur zus proper bekommen. Ich wüsste, er würde zum Ort des Verbrechens zurückkehren. Es kommt ja wieder mit seiner Scheiß. Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Oh krass. Alles auch jetzt. So. Neue Runde hier bei tt tai. Was nennt man'scoletern, Stache? Ja, wenn euch das Video gefällt ihr kennt die Regeln, machen Daumen hoch. dann gehen auch bei mir die Däumchen Da schießt schon einer Leute hört auf Alter ja Sonst müsst ihr auf die stille Treppe hier So, da schießt schon einer Komm schon mal ein bisschen Fahrstuhl Fraunz ist es Ne, ich war es eben, ich bin es nicht Das ist ne gute Sache Ist doch ne ländische oder nich Der gleitet hier so verdächtig über den Boden Wir machen das alle Welches Team hat hier wieder mit dem Fressplot gespielt? Ach, schöne Musik. Tschüss. Curry fährt da wieder mit dem Fahrstuhl. Curry? Hat jemand geschossen? Das las ich auch beim Fahrstuhl hier. Nein, leider nicht. Curry fährt gerade mit dem Fahrstuhl hoch. Alter, Patrick! Scheiße. Alter! Ich werde sterben! Der steht hier oben. Oh! Wer war da geschossen? Alter, Curry! Wer hat denn da... Wer ist da hin? Wer ist da ein Snipers? Ist da einer da oben oder wo? Keiner von uns hier hinten. Payset ist, war es nicht. Dunaldi auch nicht. Guck mal, wie der hängt am Fahrstuhl. Welten ist einer, wer ist denn da? Guck mal, der Curry. Guck mal, der Major, wie der schon wieder nichts sagt. Ja, der Major war es. Ja, ich habe ja auch einen Sniper, ne? Der Major war es nicht. Ja, wer die Sniper hat, der hat die jetzt weggesorfen. Nee, ich habe den Major verfolgt. Alter, kommt nicht mal Curry-Sniper an! Ja, der hängt da. Das ist C4, das ist C4, weg, 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 C4. Hat er bestimmt selber gelegt. Legt mir doch gar nicht. Der Major ist der Major gerade durch die Decke gefallen. Dennis, es muss Dennis sein. Alter, ich bin auf dem Dachboden, Mann. Ich glaube auch, dass Dennis ist. Es muss Dennis sein, das ist der einzige, der nicht hier ist. Was für ein Dach ist denn? Ja, das könnte ja hinkommen, dass das der Dennis war. Ja, das ist Dennis, ist Dennis. Alter! Ey, nicht hinten drehen, wenn du bist. Aber ich weiß nicht, wo der da hin konnte. Dennis, das war so schlecht, Alter. Ja, ich wusste nicht, dass man hinten runterfallen kann, Mann. Nee, das weiß ich gar nicht. Alter, ich bin auf dem Dachboden. Alter, oh, alter Curry. Wie der da hängt, Alter, richtig. Schauspiel vom Feinzen, Dennis, jawoll. Aber ich, Mann, C4, der platziert aber da, legendär. Woher wusstest du das, Dean? Ja, du warst der Einzige, der... Ja, aber woher wusstet der, Dean, bitte, dass er C4 liegt? Kann man doch... Hör man doch, das piept doch. Hör man. Wie meine Leiche da hängt. Ihr piept's wohl. Dann wollte ich auch sagen. Cool, Alter, cool. Ich hatte gerade eine Minecraft-Crow, äh, hier wäre das Pickaxe irgendwie. Was, echt? Ja. Was ist denn mit dir kaputt? Ich weiß nicht. Entschuldigung, am Hacken. Das sind die Dornen. Natürlich. Dornen. Uzi, Uzi, Uzi. Warte, ich will mitfahren. Ach, Dennis. Nein, Curry. Ich bin auf den Kopf, schnell. Kann man doch wieder runterfahren? Nee. Dann hättet ihr euch mal drunter... Stellt euch mal drunter. Na, natürlich. So, ich bin mit dem Curry hier, mit dem... Ach, Alter, wir sind hier alle. Uzi, Uzi hat schon begossen, oder wie? Was macht ihr? Wir sind hier alle, aber... Dina, ernst, Dina, ernst. Dina, ernst. Wie ihr so hoch guckt, weißt du? Warum bin ich schon wieder verdächtig, Lennot? Du glaubst immer... Fahr hoch. Ja, ja, du verarschst dich, weißt du. Ich wirf eine Smoke-Granate, du weißt du. Schubst dich runter. Boah. Ich, das war eine Smoke-Granate. Ja, da bringt die... Alter, wer war das denn? Ich glaub, das war der, ist, aber ich bin mir nicht sicher. Alter, Leute, ich war doch grad schon mal. Was willst du von mir, mein Bronzer? Du standest doch nicht direkt da, wo die Granate herkommt. Das schien doch alle, du Mongolyten, Alter. Jo. Lennot, versuchst dich, wie sich zu entfernen, guck mal. Guck mal, Mund ist 6. Jo. Ja, ich bin mal kurz... Ich werde... Warum entfernst du dich, Lennot? Was, wie? Bleib doch mal stehen, warum? Nee, ich halte jetzt wahrscheinlich nicht. Alter, es geht nicht. Alter, was machst du denn da? Normalerweise kann man den PC kaputt machen, wenn man so ein Grafientart ist oder so soll. Der Major schießt. Alter, aber es ist Major. Warum ballert ihr da direkt immer los, Leute? Ja, weil es der Major, der hat doch uns geschossen, Mann. Ja, der Major, der kann Traitor überhaupt nicht spielen, Alter. Nein. Bleib mal verstehen, Patrick, bleib mal verstehen. Ich mein doch. Der Patrick sieht ein bisschen aus, wie eine Mischung, als man zummelt. Oh, die Wunder ist schon mal. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und die nächste Folge TTT gibt's dann und übermorgen, wie gewohnt um 15 Uhr. Danke für's Zusehen. Bye-bye, 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 bye-bye. Und bitte lasst nette Kommentare da und einen Daumen nach oben. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.